Hört mal her, ich bau dringend meinen Handwerk herr. Ist hier vielleicht jemand in Starlantür? Meinem Kühlschrank fällt es kühlend schwer. Ihr tut's nicht mehr, du von außen wehrt. Ihr seid kurz und ganz heieieis. Und innen ist alles ganz voller Ei-ei-eis. Uptown, girl, diesen Kühlschrank musst du Uptown, girl. Hast du vom Uptown denn noch nie gehört? Das Eis muss weg, weil es beim Kühlen stirbt. Uptown, ich hab's gehört. Uptown, ich hab's verstanden. Ich muss Uptown, das mach ich dann, wenn ich im Urlaub bin. Dann sind ja keine Lebensmittel drin. Wo geht's denn hin? Ich fahre schön in den Alpen, der schwein' dann ganz. Auf einem Gletscher geht's Schnee, Schnee und Eieieis. So lang, so weit ist dafür zu spät. Der wird Uptown, girl. Auch der Gletscher, der wird Uptown, girl. Und vorher würde ich da Uptown, girl. Bevor der Uptown, würde ich da Uptown, girl. So wie der Kühlschrank mit der Uptown, girl. Uptown, Uptown, girl. Uptown, girl. Wir haben gedacht, wir möchten Ihnen wirklich unglaublich viel zeigen von dem, was wir so machen. Deswegen hatten wir jetzt gedacht, es wäre so eine sehr schöne Idee, wenn wir einfach die kommenden 15 Lieder, die wir geplant haben, wenn wir die, also, aufs Wesen, können wir die vielleicht aufs Wesentliche konzentrieren? Ja. Ja? Gute Idee. Ich werde heute kochen und ich lade euch ein. Das sagst du schon seit Wochen. Seid mal nicht so gemein. Mensch, ihr wisst doch genau Lebensmittel. Kostengeld. Kostengeld. Und ihr wisst, wie viel Geld man als Sänger erhält. Dann kauf doch beim Discounter. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Dann kauf doch beim Discounter. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Lidl anscheinend billig heut zu sein, aber billiger ist Lidl-Schwein. Bei Plus war ich vor Wochen, das sagt mir nicht so zu. Da stand ich ewig an, seitdem ist Plus für mich tabu. Du willst nun mal in ner echt langen Schlange stehn und durchsichtig sortierte Regale sehn. Geh zu Netto, geh zu Netto. Die verstehen, was von billig lohnt. Hey, 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 hey. Da weiß man schon, wie diese Preise zustande kommen. Noch einer gehört dazu. Metro, Rewe und auch Du-Buh. Du warst als erster hier, als echter Pionier, zur Ausdehnung bereit der Öffnungszeiten. Oh, Penny, du bist offen für mich 17 Stunden oder manchmal auch mehr. Oh, Penny, doch hab ich bei dir nie was gefunden, denn dein Sortiment gibt nicht viel her. Richtig gut bist, wenn alles, was man braucht, man in heimischen Bioladen kauft. Nur, dass uns beide das Gefühl beschleicht, dass dafür deine Kohle gar nicht reicht. Mach doch ne Dose Ravioli auf, wir versprechen, wir kommen dafür auch. Steht ein altes Verfallsratum da dran, noch mal einfach die Oregano dran. Wichtiger ist wohl die Präsentation. Kerzenschein und Servietten reichen schon. Wo ich jetzt so Zeug wohl wieder krieg, ist doch Glanzwein. Da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-kick. Meine Damen und Herren! Darf ich vorstellen? Alice Köfer! Und am Klavier, Falk Effenberger. Und alle zusammen sind Vocal Recall. Dankeschön, euer Asmas. Vielen Dank.